Hallo Freunde, wir sind heute bei meinem Videodreh zu Lost Kids und ich nehme euch mit. Ich bin jetzt ready. Hat ja nur dreimal Stunden gedauert, aber es geht jetzt los. Wir gehen jetzt wieder ins Set. Und bitte. Es ist jetzt Drehschluss. Es war ein richtig, richtig geiler Intentiver Tag. Wir verabschieden uns.